Hallo, mein Name ist Andreas Massinger. Ich bin Heilpraktiker und Mitbegründer der naturheilkundlichen Praxisgemeinschaft Vita Mobilitas. In diesem kurzen Video möchte ich Ihnen gerne mein Seminar zur Injektions- und Infusionstechnik vorstellen. Für mich als Heilpraktiker sind invasive Therapieverfahren in meiner täglichen Arbeit nicht wegzudenken. Durch den gezielten Einsatz können Beschwerden punktgenau und effektiv behandelt werden. Ihre Patienten werden es Ihnen danken. Der erste Vormittag ist der Theorie gewidmet, um alle rechtlichen Aspekte der Hygiene sowie der Instrumenten- und Medikamentenaufbereitung zu vermitteln. Die gesamte restliche Zeit steht dann für die Übung der Injektionstechniken zur Verfügung. Zuerst werden wir uns mit den relevanten Injektionstechniken Intrakutan, Subkutan und Intramuskulär beschäftigen. Erst am zweiten Tag werden wir diese Injektionstechniken um die intravenösen Techniken und die Infusionstechniken erweitern. Die Techniken der Blutentnahme, der Blutzuckermessung und der Blutsenkung kommen in diesem Seminar nicht zu kurz. Im weiteren geht es um die Vorbereitung und Durchführung einer Infusion mittels Braunhüle oder Venenverweilkatheter, was einer der zentralen Punkte dieses Seminares ist. Dieses Seminar richtet sich an alle Personen, die zum Beispiel im privaten Bereich mit Erkrankungen via Diabetes konfrontiert sind, ebenso wie an Personen, die im beruflichen Umfeld eine Invasivmaßnahme benötigen. Vor allem können alle angehenden Kolleginnen und Kollegen, die noch vor der amtsärztlichen Prüfung stehen, diese Möglichkeit nutzen, um den sicheren und rechtskonformen Umgang mit Nadel und Spritze zu erlernen. Dies ist ein sehr relevantes Prüfungsthema. Außerdem habe ich in meinen zahlreichen Seminaren über die letzten Jahre nicht selten erlebt, dass Ängste vor Nadelspritzen oder auch Blut sehr schnell abgebaut wurden und eine wahre Freude an dieser Tätigkeit entwickelt wurde. Ich hoffe, ich konnte Ihr Interesse wecken. Ihr Andreas Massinger